Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, mit einer wichtigen Info, zumindest für mich, ob sie für euch wichtig ist, werden wir sehen. Und zwar, die Info, ich bekomme immer wieder Anschreiben. So, fast in die N4 Seite mit Auflistung, was wird trainiert, was wird gegessen, was sind die Ziele und zum Abschluss, Andreas, sag mir, ob das alles richtig ist, was soll ich anders machen. Was läuft verkehrt und so weiter. Das sind ausreichend Informationen, kommen aber auch oftmals die Ansagen, ich nehme das und das, trinke das und das und trinne so und schon oft, ich möchte das und das erreichen, mach mal bitte, erklär mir mal bitte. Bitte, ihr kriegt dann eine Antwort von mir. Ihr dürft aber nicht enttäuscht sein, dass es Copy ist, Paste und raus. Warum? Ganz einfach. Bei so einer Beantwortung von so einer Frage, das kostet mich in der Regel, je nachdem wie aufwendig das ist, 15, 20 Minuten Zeit, manchmal sogar mehr. Bei manchen kommen gar keine zusätzlichen Informationen, so eine kurze Ansage, ich möchte jetzt und das machen, sag mir mal, wie man trainiert oder ich schicke dir mal meinen Plan, bewerte mal den Plan, schreibe mir mal, was ich besser machen kann. Sorry, tut mir leid, aber klar, ihr arbeitet ehrenamtlich, ihr arbeitet auch nicht ehrenamtlich. Ich habe extra einen Kanal eingerichtet bei YouTube, wo es wirklich extrem viele Videoclips gibt, genau zu diesem Thema. Da muss man sich die Mühe machen, muss sich das Ganze mal angucken und dann wird man auch im Laufe der Zeit drauf kommen, dass gewisse Dinge, die man praktiziert, nicht richtig sind. Zusätzlich habe ich bei Facebook, personaltrainer-carlswoll, das ist meine Fanseite, da habe ich jeden Tag einen Bericht zu diesem Thema, zum Thema Training, zum Thema Ernährung. Wenn man da sich Gefällt mir klickt, wo ich mich natürlich tierisch darüber freue, weil ihr mir Gefällt mir gedrückt habt, dafür bekommt ihr von mir, Social Network, immer die neuesten Infos zum Thema Training und Ernährung. Sinnvolle Infos, die vielen Menschen und viel weiter geholfen haben. Deswegen bitte ich euch, seid nicht böse, wenn ich da einen vorkopierten Text schreibe, weil ich habe bzw. das bekomme ich in einem Tag gar nicht unter. Deswegen meinen Social Network-Kanal, Facebook und YouTube. Regelmäßig reingucken und da habt ihr immer die besten Infos und wenn ihr ein Leichen wartet, wird vielleicht genau sogar eure Frage beantwortet. Das war es schon, Andreas Trinbacher mit auf Verständnis hoffend. Deine Fitness, deine Neugiere, meine Aufgabe.